126, wir merken das uns, hier, 126, ich will jetzt den Planeten hier erobern, Gott, die sehen alle so gleich aus, so, Fabriken, Unterhaltungsgebäude und sowas sieht ja alles gleich aus hier, also, ernsthaft, so, nächster, ich nehme das mal kurz ein, so, so, okay, die haben aufgegeben, oder, ja, gut, ah, stop, das reicht, danke, die haben auch aufgegeben, die können dich zwar jetzt auch zerstören, aber ich will ja, so viel wie möglich erobern, 126, 126, immer im Kopf behalten, denn, das könnte noch sehr wichtig werden, ich will gucken, wenn ich jetzt die ganzen Planeten erober, gelten auch diese Gebäude als Koloniengebäude und damit als platziert, oder gelten die als erobert und damit nicht als platziert, wird okay, das ist jetzt meine Frage, sonst würde ich jetzt eigentlich die 20 Perketten, könnte ich ja mal sowas mal schnell kriegen, oh, das tut weh, das tut weh, das tut weh, vielleicht gehe ich mal in die Richtung, ja, wie man auch immer schneller ist dann als alle anderen, ne, das eigene Raumschiff ist irgendwie das schnellste von allen Raumschiffen, und alle anderen sind recht langsam, so, 126, Eroberungssystem, beansprucht, gucken, 126, ja, schade, das wäre doch mal schön gewesen, aber nein, nein, das darf ich nicht, nö, 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 n Na denn? Eigentlich habe ich die nicht selbst maximiert. Das waren bloß schon die anderen. Und ich habe sie einfach nur übernommen. Aber Archivment ist Archivment, oder? Ja. So, hier bitte ich eine Million. Später wieder. Äh. Bu, bu, bu. Irgendwas. Auf dem Planeten Medalt. Ne. Mech. Doch, Medalt. Habe ich gut ausgesprochen. Äh. Dort. Halt. Hm, stopp. Äh. Zwischen den ganzen Fini hier. Äh. Da lang. Da, 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 da. Irgendwo da. Nein. War es das? Ich habe irgendwas getroffen. Aber ich weiß nicht, ob es richtig war. So. Der Stein war schon wahrscheinlich infiziert. Äh, stimmt. Der Stein, ne? So. Ah, ist mir gerade. Ist uns hier nervig. So. Äh, welches davon? So. Okay. Auch mit Bomben kann man da einiges machen. Und hier der Letzte. Jederzeit. Dankeschön. So, jetzt hier. Kann ich ja noch ein paar Kolonien hier. Koloniegebäude hier hinstellen. Ich stehe zwei Eroberer. Ah, 28. Da geht noch was. Da geht noch was. Da geht noch was. 30 will ich diesen Part noch schaffen. 30 von 50. Ah ne, zuerst will ich die kaufen. Genau. Zuerst will ich die kaufen. Dann. Dann kommen wir hier. Ganz in Ruhe. So, 10 davon. Moment. Das wäre genial. Die nehmen es auch fast gerne. Schade. Ich dachte, dass die das pinke Gewürz nehmen. Dann wäre es natürlich super gewesen. Muss ich gar nicht mal so viel laufen. Oh Gott. Ich werde schon wieder ein bisschen müde. Gut. Jetzt hier. Sei gegrößt. Okay. Mist. Next one. Hey, wie weiß man, wenn ihr es kauft? So, damit hätte ich ein gesamtes Reich aufgekauft. Ich glaube, dafür geht es vielleicht auch ein Archivement. Wäre wunderschön. Archivement. Du hast ein ganzes Reich aufgekauft. Wow, toll. Ja. Super. Okay, hier habe ich ziemlich dicht besiedelt. Bin ich ziemlich dicht besiedelt. So. Kann doch nie. Sag mal. Keiner will mein pinkes Gewürzeln. Das ist irgendwie komisch. Aber. Zwischen all den Typen geht es da bestimmt irgendeiner, der das mag. Wenn nicht, dann nicht. Yep. Der hier. Eine Million. Eine Million ist ja nichts Besonderes mehr. Goldesel 3 könnte ich jetzt auch nochmal irgendwann kriegen können, aber. Erstmal hier eine Million. Juhu. Fakt. Das Grenzsuchureich wurde zerstört. Ja. Liegt daran, dass ich sie alle aufgekauft habe. Hehehe. Hehehe. O-K. Was gibt es denn noch so einfacheres zu holen? Reisender. Kontaktiere zu 20 Reiche. Für drei Plakettenpunkte. Aber nichts leichter als das. Also bitte. Geht doch das eigene Reich irgendwie. Nö. Wahrscheinlich nicht. Hier geht es aber immer nur so eine... Eintypenreiche. Ahaha. Da hinten ist was. Wie. Wer ist da? Guten Tag. Komm in Ehren. Komm in Frieden. Komm in allem. Eintypenreiche. Reisender. Drei. Gut. Mal wieder ein bisschen. Und wir sind schon fast über der Hälfte, glaube ich. Stehst du denn hier? Erobern. 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 Oder wann kriege ich das nächste Diplomat? Zwei von fünf. Okay. Sechs Plakettenpunkte. Wow. Ich will mal wieder irgendwo eine Öko-Katastrophe haben. Ist egal. Erstmal hier eine Megabombe. Oh Gott. Sind wir dicht. Gesiedelt. Okay. Krieg. Genau. Tschüss. So. Nächster. Und weiter. Oh, oh, oh. Weiter, weiter. Ich sage weiter. Mensch. So. Okay. Auch der wäre besiegt. Na, bitte da hin. Gut. Ich glaube, so schnell omnipotent zu werden, ist gar nicht mehr so einfach. Ich glaube, ich habe es einmal geschafft, eher diplomatisch zu sein und nicht so viel anzugreifen. Und ich glaube, wurde ich auch mal omnipotent. hat mich, glaube ich, einen Monat gedauert. Gebraucht. Irgendwie so. Ne, Quatsch. Zwei Wochen. Aber ich glaube, da habe ich ja, zwei Wochen. Aber bei dem Let's... Ja, das war kein Let's Play, das war normal. Und beim Let's Playen labert man ja auch. Deswegen ist es da immer ein bisschen langwieriger. Ich meine, ich kann allerhöchstens zwei Stunden aufnehmen und dann ist meine Stimme weg. Dann ist wirklich Schluss mit allem. Mir kriegt es jetzt schon eine Kehle. Äh, da hin. Aber... Sonst... Schnell durchgekommen bin ich wirklich. Und... Spore ist ja kein kurzes Spiel. Von daher... Ich würde einfach mal sagen, ich bin ziemlich schnell mit dem Let's Play Projekt hier durchgekommen. Eine Woche für... 50 Parts? Bestimmt. 50? Ja, kommt hin. So. Eroberung. Dankeschön. Bombe kommt. Ups. Äh. Das wollte ich nun gerade nicht. Naja, egal. Moment. Erstmal das Geld einsammeln. Okay. Nummer 1. Nummer 1. Und das war's. Oder was? Okay, gib mir hier noch ein bisschen was. Kaufen. Äh, wie viele habe ich denn schon jetzt? 1.429 von 1.500. Wow, das... geht auch schnell. Hm. 29 von 50. Dann will ich mal kurz vier Flieger noch kriegen. Ähm, indem ich hier einfach ein bisschen rumreise. 60 Schaden pro Schuss. Das ist aber toll. Leibwächter, Leibwächter. Das Piraten, irgendwas mit Anta, nee. Zum Glück haben wir jeden Weg eine Fahne zu verkaufen. Ihr seid friedlich, na und? Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Vielen Dank.